servus und weiter geht's mit der dritten und letzten runde golf it mit dem wolf mingan wenn du bock hast nur ein letztes außer du sagst reicht von mir aus kann man auch ein letztes machen ja dann nehmen aber etwas was ein bisschen blöd ist wie hier kann ich vielleicht nichts mit weihnachten nein wir nehmen mal youtubers wet dream ich weiß ich kenne das level nicht mehr genauer es ist gemein aber man hört die musik laut und deutlich alles klar stream zuschauer will er noch mitmachen 3 2 1 so Okay. Interessante Bahn. Ja, die war nur relativ freundlich. So. Ha! Wenn du an der Startposition bist, Ah, okay, jetzt bist du schon weiter. Aber da wäre irgendwo so ein kleiner Hinweis Holzpfeil gewesen. Na, keine Weihnachtsmusik mehr, City Skylines. Ah. Ah. Okay, vier Schläge. Leider sind ein paar so Zufallsdinger drin. Das ist ein wenig blöd. Aber... Das ist ein wenig blöd. Oh. Oha! Der ging, glaube ich, etwas in die Hose. Okay... Och, nö, zu gut. Ja, das war mal nichts. Ja, guck... Ah, wie kann man so blöd liegen bleiben? Och, er entsaft. Och, Magno! Einfach mit Schmackes gegen die Wand. Ja, okay, nö, 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 zu! Das... Peinlich! Och! 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 Ja, ka! Und... Och! Und das zeigelt sich das Ganze ab. video keine sorge schaut eh keine ahnung jetzt wird es gibt es auch schade also wenn der jetzt daneben gegangen wäre wenn er mir richtig erinnert die die letzte das letzte loch ist es noch mal richtig kacke ja ja okay nein das war ja ja war wohl nicht so red liegen bleiben was mache ich denn danke sorry ja es war kein stress ernsthaft du musst an der staubposition gegen also nach hinten spielen gegen die wand ah ok danke also nicht sowas krieg aber auch nur ich hin na wenigstens jetzt nicht drüber acht schläge oh man oh man hier war was war hier ach das bock sorry brauchst dich nicht entschuldigen ich habe die kollisionen ja eingeschaltet wo schlag ich denn hin okay das war mal nix ja erst den anderen hier nur weg kicken und dann selber spielen nicht gut ich denke ich denke mal man muss da in das netz rein ja ja die netze sind ziele naja naja ab und zumal irgendwie ist ja ganz lustig naja hier war glaube ich vollgas einfach nach oben okay 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 naja fast fast okay okay naja 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 ok jetzt müsste es aber hoffentlich treffen ja ich befürchte aber es geht daneben es müsste passen ja so kann man es auch machen ist es ein misst hier das ist so kluks dingens interessant der letzte schlag da rollen wir jetzt erst mal ein bisschen rum ich sage an dieser stelle schon mal vielen dank dass dabei warst ich bedanke mir auch und gerne hat spaß gemacht war wieder mal schön lange nicht mehr gespielt da lang da lang da lang glaube ich das ist so klasse also es netz rechts daneben in dem kasten drinnen. Ach. Och nö. Zu doll. Och nö. Ja. Wie sagt man so schön und jetzt zeige ich euch mal wie es nicht geht. Also ich habe über Bande links gespielt, ging es dann relativ gut. Okay, danke. Oder so, ja. Wow. So. An die YouTube-Zuschauer, wie ihr schon gemerkt habt, habe ich dieses Video in drei Teile geschnitten. Hätte ich vorher vielleicht sagen sollen, aber ich wusste nicht, wie lange das wir spielen. Und vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank an den Wolf an dieser Stelle nochmal. Und Golf It kommt bestimmt wieder. Aber jetzt sage ich erstmal Servus, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's.